Eins, zwei, er kommt bald vorbei. Als ich aus dem ersten Stock aus dem Fenster blickte, spiegelte das Dach des schwarzen Geländewagens die Sonne wieder. Die letzten Tage hatte sich das triste Grau des Himmels endlich verabschiedet und es wurde mit jedem Tag wärmer. Die Beifahrerin öffnete die Tür und ich erkannte meine Kollegin Jenny wieder, die mir mit erhobenem Arm von der Straße aus zuwinkte. »Wo bleibst du denn?« Ich nickte ihr nur zu. Dann schloss ich mein Fenster und wandte mich mit meiner beigen, überdimensionalen Reisetasche zur Tür, um eben diese hinter mir zu verschließen und die quietschenden Treppen des Mehrfamilienhauses, in dem ich seit einigen Monaten wohnte, herunterzueilen. Jenny hatte mich zu einem Wochenendausflug auf die Hütte ihres neuen Freundes Ron, eigentlich Ronald, eingeladen. Beim Mittagessen am Mittwoch hatte sie uns von ihm erzählt und von seinen Plänen mit seiner neuen Freundin und ein paar Freunden auf die Hütte zu fahren, die üblicherweise zum Jagen gedacht war. Die schlanke Brünette allerdings hatte anderes im Sinn, als zu jagen oder wandern zu gehen, was sie ihrem Lover auch gleich mitteilte. Deshalb schlug er vor, sie könnte ja ebenfalls Freunde mitbringen. Laut Jenny war Ron so in sie vernaht, dass er sofort zustimmte. Und so warf ich meine Wochenendpläne, alleine einen Netflix-Marathon mit Pizza auf der Couch in meiner kleinen Wohnung zu veranstalten, ohne viel nachzudenken über den Haufen und freute mich auf den Kurztrip. Ein großgewachsener, gut gebauter Mann stieg sofort aus, als er mich die Treppenstufen hinter der Haustüre herabkommen sah. Er kam ein paar Schritte auf mich zu, streckte mir die Hand entgegen und stellte sich mir als Ron vor, bevor er mir meine Reisetasche aus der Hand nahm. Er öffnete mir zuerst die Autotür, ehe er die große Tasche im Kofferraum verstaute. Ich kletterte auf die Rückbank, auf der bereits ein weiterer Arbeitskollege von Jenny und mir saß. Luis. Die blonden Locken hingen ihm leicht ins Gesicht und ich dachte daran, wie niedlich er aussah. Er war sehr gut aussehend, wenn auch überhaupt nicht mein Typ. Und leider hatte er absolut kein Glück bei den Frauen. Vor einigen Wochen hatte seine Kurzzeitliebelei mit einer Anwältin geendet, die leider nicht nur wegen ihrer roten widerspenstigen Haare einer Hexe ähnelte, sondern auch aufgrund ihres Charakters. Leider hatte er sich trotz alledem schnell in sie verliebt und war daher sehr enttäuscht, als sich herausgestellt hatte, dass sie sich noch mit anderen Männern traf. Seitdem war er nicht ganz in der Spur, weshalb Jenny meinte, dass ein gemeinsamer Ausflug mit uns genau das Richtige für ihn wäre. Meine Arbeitskollegin grinste mich vom Beifahrersitz aus an. Ein wahrer Gentleman, oder? Stolz klang in ihrer Stimme mit, als sie darauf wartete, dass Ron meine Tasche verstaut hatte und wieder auf den Fahrersitz stieg. Ich nickte stumm und dachte daran, dass Jenny erst vor ein paar Wochen eine ihrer vielen Beziehungen zu einem älteren Mann namens Franz beendet hatte. Er hatte sie auf Händen getragen und war mit ihr zweimal nach Spanien geflogen, auf seine Kosten natürlich, was sie allerdings nicht weiter beeindruckt hatte. Das Beziehungsaus erklärte sie uns gegenüber damit, dass es mit Franz zu langweilig geworden war. Wir hatten ihn einmal bei einer unserer regelmäßigen Barbesuche nach der Arbeit kennengelernt und mir war er keinesfalls langweilig vorgekommen. Er reiste viel, engagierte sich politisch, war Teil eines Basketballteams und mit seinen eigenen Buchverlag sehr erfolgreich. Das alles hatte Jenny nicht ausgereicht, war sie doch immer auf der Suche nach etwas Neuem, etwas noch Aufregenderem. Deshalb stellte ich mir auch Ron noch nicht wirklich als ihren zukünftigen Ehemann vor. Während der dreistündigen Autofahrt lief leise Countrymusik über Rons Smartphone, das mit dem Bluetooth des SUVs verbunden war. Währenddessen erzählte Ron von der Jagd und von der Hütte, welche seit vielen Jahren im Besitz der Familie war. Jenny hing ununterbrochen an seinen Lippen und erklärte alle paar Minuten, wie interessant doch die Jagd sei. Gerade sie, die nicht einmal Sneaker, geschweige denn Wanderschuhe besaß, die sich für einen Ausflug in den Wald eignen würden und die niemals freiwillig in der Natur auch nur spazieren gehen würde. Ich wollte sie vor ihrem Freund nicht bloßstellen, weshalb ich mir meinen Kommentar verdrückte und nichts sagte, als ich merkte, dass Louis belustigt ein Grinsen unterdrückte. Verschwörerisch zwinkerte ich ihm zu, worauf er sich sichtlich noch mehr zusammenreißen musste, um nicht laut zu lachen. Auch ich lachte in mich hinein. Jenny bemerkte glücklicherweise nichts. Sie hatte schließlich gar keine Zeit, unser Schauspiel zu beachten, war sie doch viel zu sehr mit Ron beschäftigt. Diesem schien merklich zu gefallen, wie sehr die Schönheit neben ihm ihn vergötterte. Ich war sehr froh gewesen, als sich Jenny nach einigen Tagen Funkstille zwischen uns nicht nur bereit erklärt hatte, mit Louis und mir zusammen in der Mittagspause essen zu gehen, sondern auch den Kurztrip vorgeschlagen hatte. Ich arbeitete erst seit etwa sechs Monaten in dem Unternehmen und war die Woche zuvor überraschend für ein Projekt ausgewählt worden, was einer Beförderung glich. Jenny, die schon über zwei Jahre im Unternehmen tätig war, konnte sich leider nicht für mich freuen. Am Tag meiner Beförderung stürmte sie in das Büro unserer Chefin. Da die Türe nicht geschlossen war, konnte die gesamte Etage mit anhören, warum sie geeigneter und qualifizierter für die Projektleitung sei als ich. Ich war zunächst ziemlich enttäuscht und sauer auf meine Freundin gewesen, beschloss aber dann, meinen Stolz herunterzuschlucken. Ich verstand ihre Enttäuschung über die Situation und hoffte, sie könnte sich doch noch für mich freuen. Jen war in der kurzen Zeit meine engste Freundin geworden und diese Freundschaft wollte ich, auch wenn ich ihr Verhalten nicht befürwortete, nicht verlieren. Die Entscheidung der Chefin, die Projektleitung nicht ihr zu überlassen, wobei sie doch mehr Erfahrung hatte, verstand ich doch selbst nicht. Tatsächlich hatte ich einige Überstunden gemacht, um Aufgaben meiner Kollegen zu unterstützen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Chefetage überhaupt Kenntnis davon nehmen würde. Trotzdem freute ich mich über die Chance und war sehr erleichtert, als ich mich auch mit Jenny wieder vertragen konnte. Als sie von der Hütte gehört hatte, war ihr Plan, das Wochenende mit mir zu verbringen, wohl doch wichtiger gewesen als ihre Wut über die Situation. Doch ich war froh darüber, also dachte ich nicht weiter darüber nach. Die kurze Zeit, in der wir zerstritten waren, hatte ich sie direkt vermisst. Mein schlechtes Gewissen hatte mich kaum schlafen lassen. Ich wusste selbst, dass ich keine Schuld daran hatte und meine harte Arbeit einfach belohnt worden war. Doch trotzdem tat mir der Streit mit meiner Kollegin weh. Sie war die erste gewesen, die mich überhaupt in der neuen Stadt willkommen geheißen hatte. Mein erster Tag im Büro hatte mit einem unschönen Vorfall begonnen. Am Abend zuvor rief mich mein neuer Chef an, um mich davon in Kenntnis zu setzen, dass er erst ab Mittag da sein würde, um mich zu begrüßen und in meiner Arbeit einzuweisen. Allerdings könnte ich bereits am Morgen meinen Schreibtisch einräumen. Ich solle einfach in die zweite Türe rechts gehen, dort würde ich mir ein Büro mit jemandem teilen und ich könnte mich dort einrichten. Nervös und voller Vorfreude war ich in den Wolkenkratzer in der Stadtmitte spaziert und mit dem Aufzug nach oben gefahren. Er war aus Glas und der Anblick über die Stadt, der sich vor mir offenbarte, war spektakulär. Ich war regelrecht enttäuscht, aussteigen zu müssen. Noch immer den Baustil des Gebäudes bewundernd, ging ich an den Menschen vorbei, die irritierten Blicke ignorierend. Kurz verwunderte mich, dass keiner zu wissen schien, dass eine neue Mitarbeiterin eingestellt worden war. Dann allerdings dachte ich mir nichts weiter dabei. Mein letzter Job war in einer Kleinstadt gewesen, ein Familienunternehmen. In einer Großstadt wie dieser, bei einem solchen Großkonzern, war es doch nur natürlich, dass nicht alle Mitarbeiter sich untereinander kannten und von Neueinstellungen in allen Arbeitsbereichen wussten. Also schritt ich selbstbewusst durch den großen Flur und zog schwungvoll die zweite Türe rechts auf. Viele verdutzte Gesichter starrten mich an. Einen Moment lang stand ich nur da und betrachtete den riesigen Büroraum, in dem wohl gerade ein Meeting stattfand. Mein Kopf lief in dieser Sekunde hochrot an. Lehmann und Partner prangte auf einer der Leinwände an der Wand. Das war nicht meine neue Firma. Weiter wurde ich von den mindestens 15 Personen, die um den großen Tisch in der Mitte des Raumes saßen, begutachtet. Ähm... Entschuldigung, murmelte ich beschämt. Mehr bekam ich nicht raus, ehe ich die Tür wieder schloss und hinter eben dieser daraufhin lautes Kichern und Gelächter vernahm. Noch immer war mein Gesicht blutrot, als ich so schnell ich konnte und unter neugierigen Blicken wieder in den Aufzug flüchtete. Ich hatte mich im falschen Stockwerk befunden. Eine Etage tiefer holte mich Jen ab, die mich bereits am Aufzug erwartet hatte, um mich begrüßen und mir das Büro zeigen zu können. Wir verstanden uns auf Anhieb und als ich Jenny später die Geschichte erzählte, die mir passiert war, fiel sie fast von ihrem Stuhl vor Lachen. Ich bekam den Schreibtisch neben ihr zugewiesen und ich wusste, wir würden uns anfreunden. Sarah, eine Brünette mit Lockenkopf, stellte sich mir sehr herzlich vor, indem sie mich sofort umarmte. Ihre Herzlichkeit überraschte mich kurz, ehe ich die freundliche Begrüßung erwiderte und Sarah in meine Arme schloss. Ich konnte ihre Rippen fühlen, so dünn war die Frau, die mir gegenüberstand. Ihr Parfum roch süßlich, nach einem Hauch von Vanille und Süßholz und sie erinnerte mich an eine zerbrechliche Porzellanpuppe. Ihre Freundin Jess hingegen reichte mir nur kurz die Hand, und schüttelte sie energisch. Die beiden gaben ein eigenartiges Paar ab. Jess mit abrasierten Haaren und dunkel geschminkten Augen und daneben die niedliche Sarah. Beide trugen sie ein dunkelblaues Paar Jeans, Sarah mit einem schulterfreien gelben Top, das ihre sonnengebräunte Haut ganz hervorragend aussehen ließ, Jess mit einem ganzen Roses-T-Shirt, das schon leicht verblichen war. Jess nahm Sarahs Hand in ihre und wandte sich von mir ab. Wir hatten gerade erst das Haus betreten, das zum Großteil aus hellem Holz bestand und daher wunderschön rustikal aussah. Schon als wir ein gigantisches eisernes Tor, das per Hand geöffnet werden musste und sehr schwer aussah, vor der Auffahrt passierten, war ich sehr beeindruckt und gespannt darauf, was mich erst drinnen erwarten würde. Inmitten der Einfahrt befand sich ein Springbrunnen mit einer Frau aus Stein in der Mitte, der allerdings ohne Wasser war und offensichtlich schon länger nicht mehr benutzt wurde. An einigen Stellen wucherten schon verschiedene Gewächse, auch Rosen, was dem Eindruck des imposanten Grundstücks allerdings keinen Abbruch tat. Ich dachte sofort an Don Röschen und fragte mich ein weiteres Mal nach der Beziehung von Ron und Jenny. Ich fand ihn sehr freundlich und zuvorkommend und dachte daran, dass er Besseres verdient hatte, als von Jenny bald wieder ausgewechselt zu werden. Aber wer wusste es schon? Vielleicht war er ja dieses Mal der eine für sie, ihr Traumprinz. Jenny würde, wenn sie meine Gedanken kennen würde, nur entgegnen, nach dem einen kommt der nächste. Automatisch musste ich schmunzeln. Die steinerne Treppe zur hölzernen Haustüre hinaufgehend, bemerkte ich ein weiteres Auto in der Auffahrt stehen. Einen silbernen Pick-up. Wie ich vermutete, gehörte es zu Sarah und Jess. Das Gebäude, vor dem ich nun stand, war atemberaubend. Es sah aus wie aus einem Film. Sehr gepflegt und eindrucksvoll. Ein kleines Stück von der rechten Seite des Eingangs rankten sich Weinreben nach oben, behangen mit den dunklen, lilafarbenen Früchten. Schwere, graumelierte Töpfe standen auf beiden Seiten der Eingangstüre, in denen wundervoll grüne Lebensbäume heranwuchsen. An der Tür befand sich ein gusseiserner Griff, mit dem man klopfen konnte. Durch die an der Wand befindliche Klingel war dieser längst überflüssig geworden. Doch trotzdem verlieh er dem häuslichen Eingang einen klassischen Charme. Im Eingangsbereich der Villa trat ich als erstes auf eine braune Borstenmatte, auf der uns ein Willkommen im Haus begrüßte. Eine Garderobe war auf der rechten Seite neben einem Schirmständer platziert. Gegenüber befand sich ein großes Bild an der Wand. Als ich die Fotografie betrachtete, begegnete mir neben einem Sonnenaufgang in einem tiefen Rot, das in einen hellen Gelbton überging, ein Reh, das in einem ansonsten von Bäumen gezierten Wald, absolut einsam in der Stille stand. Ein prunkvoller Rahmen vervollständigte die Wandverzierung. Durch die Türe, die sich gegenüber des Eingangs befunden hatte, traten wir in ein riesiges Zimmer ein. Rechts befand sich ein Kamin mit einer Sitzgarnitur davor. Auf dem Sofa lagen perfekt platziert wundervolle Kissen aus Samt. Auf dem zugehörigen Tisch aus Glas befand sich lediglich ein Buch. Welcher Titel den Band zierte, konnte ich von meinem Stand aus nicht erkennen. Links führte eine sehr breite Holztrippe mitten im Raum nach oben. Das Holz war in derselben Farbe wie das Parkett des Bodens. Dahinter stand ein großer Esstisch aus Holz, der wunderbar mit dem Rest harmonierte. Das perfekte Bild, das genauso gut aus einer Ausgabe der Zeitschrift Landlust stammen konnte, wurde von einem weißen Tischläufer aus Spitze vervollständigt. Die Stühle des Tisches waren unter den Tisch hineingeschoben, um keine Unordnung in die Harmonie des Raumes zu bringen. Hinter der Sitzgarnitur konnte man durch eine sehr große Fensterfront erkennen, dass man sich mitten im Wald befand. Die großen Bäume ragten hervor und tauchten alles, das sich unterhalb der Terrasse befand, in tiefe Schatten. Auf der Terrasse davor standen zwei Schaukelstühle aus Bast und ein kleiner, hölzerner Tisch. Obwohl Ron auf der Hinfahrt erwähnt hatte, dass seine Familie schon mehrere Monate nicht mehr hier gewesen war, befand sich alles in einem sehr sauberen Zustand. Der Parkettboden glänzte. Kein Staubkorn war auf den hölzernen Möbeln zu sehen. Ich dachte daran, dass die Familie sich mit Sicherheit eine Reinigungskraft leisten konnte, die für ihre Ankunft alles vorbereiten würde. Als ich auf einem weiteren Hocker neben dem Sofa eine Schale mit frischem Obst bemerkte, fühlte ich mich in meiner Vermutung noch weiter bestätigt. Weintrauben, Äpfel und Birnen lagen dekorativ in einer goldenen Umrahmung. Jenny hüpfte aufgeregt durch den Raum. Hier sieht's doch super aus! Ja, wirklich toll, meldete sich Sarah schüchtern zu Wort, während sie sich noch umsah. Jess hingegen wirkte, als würde sie sich bereits auskennen und ich fragte mich, ob sie schon einmal hier gewesen war. Jenny bewegte sich auf einen weiteren Raum zu, der sich links neben der Terrassentür befand, allerdings viel weiter hinten. Wer will einen Drink? Äh, was habt ihr denn da? warnte ich mich an Ron. Na klar, ich mach euch was, Ladies. Was wünscht ihr euch denn? Was Gutes. Jenny zwinkerte Ron zu. Überrasch mich. Ron lief daraufhin leicht rot an und folgte Jenny in Richtung Küche. Während ich mich noch immer bewundernd umsah, hatte Jess auf dem Sofa Platz genommen und die Ordnung der perfekt platzierten Kissen durcheinander gebracht. Sarah stand voller Ehrfurcht vor der Couch und verzichtete darauf, sich neben ihrer Freundin zu setzen. Zwei Minuten später kam das verliebte Paar aus der Küche mit drei Weingläsern und drei Bier zurück. Das ist der Wahnsinn! Der ganze Kühlschrank ist komplett gefüllt, schwärmte Jenny, während sie mir und Sarah jeweils ein Weinglas reichte. Also war jemand vor unserer Ankunft einkaufen gewesen. Ein leichtes Krummeln machte sich in meinem Bauch, bei dem Gedanken an Essen breit. Zeitgleich bekamen Louis und Jess die Bierflaschen von Ron überreicht. Nun, zur Zimmeraufteilung, begann Ron. Wir haben oben vier freie Doppelzimmer. Ich und Jenny nehmen das ganz rechte. Das ganz linke beziehen Jess und Sarah. Das rechts innen bezieht Rose. Das links innen beziehen Louis. Er stockte, als die Haustür links von ihm mit einem Ruck geöffnet wurde und drehte sich zu eben dieser. Hey Leute! Ein dunkelhaariger Mann mit einer schwarzen Lederjacke und einem braunen Seesack in der Hand betrat den Raum. Hey, was für ein Timing du hast! Ron ging auf ihn zu und klopfte ihm auf die Schulter. Wir waren gerade bei der Zimmeraufteilung. Du musst dir ein Zimmer mit Louis teilen. Ron zeigte mit dem Zeigefinger auf Louis, woraufhin der Fremde sofort auf diesen zuging und ihm die Hand reichte. Ich bin Max. Wir stellten uns alle kurz vor und ich fand, dass Max nicht nur sehr attraktiv, sondern auch äußerst sympathisch wirkte. Also sind wir wohl Zimmerpartner, was? Lächelte Louis Max an. Man erkannte sofort, dass auch Louis Max von Anfang an gern hatte und sich freute, dass auch Rons Freunde ihn mit einbeziehen würden. Grundsätzlich war er eher zurückhaltend und tat sich daher in neuen Gruppen schwer, Freunde zu finden. Dass Max so offen auf ihn zuging, war daher ein gutes Zeichen. Ja, ich freue mich. Lieber wäre es mir natürlich, hätte ich die liebe Rose bei mir im Zimmer, schätzte Max daraufhin und traf mich eiskalt. Ich lief sofort rot an, als alle lachten. Rose lässt sich nicht so leicht einwickeln, auch nicht von deinem Charme. Jenny schob ihren kleinen Koffer Richtung Treppe, bis Ron ihn ihr abnahm. Welches Zimmer hast du? Max nahm wie selbstverständlich meine Tasche und war die ersten Stufen bereits hinaufgegangen. Das rechts neben euch. Ich wusste noch nicht warum, aber Max machte mich tatsächlich etwas nervös. Also sah ich zur Seite. Als wir vor den vielen Räumen standen, fiel mir auf, dass es neben den beiden Badezimmern noch ein Schlafzimmer mehr gab. Nicht nur vier. Ich fragte mich, ob das vielleicht das Schlafzimmer von Rons Eltern sein würde, dass ich Max und Louis trotz der Möglichkeit, dass jeder ein Zimmer bezog, eines teilten. Die Türen der Räume waren wieder aus dem Holz, dessen Stil sich durch das ganze Haus zog. Als ich die Türe öffnete, zeigte sich mir ein Bruch mit diesem. Der Balkon war aus einem helleren Holz als der Rest des Hauses. Ich öffnete die Fenstertüre und trat nach draußen. Es war nicht zu kühl, obwohl durch die gewaltigen, dunkelgrünen Tannen um das Haus nur einzelne Sonnenstrahlen bei mir ankamen. Der Wind blies durch meine Haare, aber nur so seicht, dass sich nur einzelne Strähnen lösten und sanft durch die Luft wirbelten. Trotzdem spürte ich, wie meine Arme eine leichte Gänsehaut überzog und beschloss, wieder nach drinnen zu gehen. Darin sah ich ein Doppelbett stehen, nur für mich, und einen großen Kleiderschrank. Beides war aus demselben Holz, dessen Stil sich auch durch das restliche Haus zog, wie auch die hölzernen Dielen am Boden. Das Licht war gedämpft, es wirkte auf mich ein bisschen unwirklich und erinnerte mich mehr an ein kleines Feenhäuschen, anstatt an die große Villa, in der ich mich befand. Neben dem Bett befand sich ein kleines Tischchen, ebenfalls aus Holz, das auch wie die anderen Möbel von kleinen Verzierungen geschmückt war. Ein silberner Kerzenständer war auf ihm platziert worden. Ich nahm meine Tasche, die Max neben die Tür gestellt hatte, und legte sie auf einen kleinen Stuhl, der zu einem Schminktisch, natürlich auch aus Holz, gehörte. Da ich nicht wollte, dass meine Kleidung noch weiter verknitterte, beschloss ich gleich alles auszupacken und erst dann nach unten zu gehen. Im viel zu großen Schrank, den man seitlich aufschieben konnte, sahen meine Blusen, Shirts und Pullover nach so wenig aus, obwohl ich doch ohnehin viel zu viel eingepackt hatte. Ich war mir nicht sicher, was mich erwarten würde. Deswegen hatte ich für jede Wetterlage, für jede Situation, so viel, wie ich in meine Reisetasche stopfen konnte, mitgenommen. Trotzdem war ich mir beim Einsteigen in Rons Auto unsicher gewesen, ob ich wohl alles dabei gehabt hatte. Und jetzt fiel es mir auf. Ich hatte mein Handy, die Ladekabel vergessen. Ich schüttelte den Kopf und zog mein Smartphone aus meiner hinteren rechten Hosentasche. 45% Akku. Aber ohnehin kein Netz. Also, was soll's, dachte ich und stellte die Bildschirmhelligkeit auf die niedrigste Stufe. Mein Handy war nun so dunkel, dass ich fast nichts mehr sehen konnte. Aber das war in Ordnung, ich konnte es ja ohnehin ohne Netz nicht benutzen. Dann dachte ich daran, dass in einem so großen Haus, in dem man keinen Handyempfang hatte, doch zumindest WLAN vorhanden sein musste. Mit diesem Gedanken verließ ich mein Zimmer und ging die Treppe hinunter. Mein Handy ließ sich im oberen Stockwerk, konnte ich es doch ohnehin nicht benutzen. Von Ron war zwar keine Spur, aber ein gut gebauter, dunkelbraun gebrannter Mann mit dunklem, kurzen, lockigen Haar stand in der Küche und schellte gerade eine Kartoffel. Sein Aussehen war südländisch. Er grinste mich an, als ich näher kam und er bemerkte, dass ich ihn neugierig betrachtete. Kochst du etwa? Ich konnte den Vorwurf in meiner eigenen Stimme hören. Es irritierte mich etwas und ich fand es befremdlich, dass ich hier irgendwer im Kühlschrank ohne Rons Anwesenheit bediente. Das Objekt, um das es sich handelte, war aus Metall und mindestens zweimal so groß wie der Kühlschrank in meiner Wohnung. Als ich an die Worte von Jenny dachte, wie voll er sei, hatte ich kurz den Wunsch danach, ihn zu öffnen, um zu sehen, was sich wohl so darin befand. Doch natürlich ließ ich es. Ich fühlte mich unwohl dabei, einen fremden Mann dabei zuzusehen, dass er die Lebensmittel nahm, ohne dass der Hausherr selbst überhaupt hier war. Zuerst wollte ich etwas sagen, doch dann fragte ich mich in Gedanken, ob die Familie etwa einen Koch hatte. Dann natürlich hätte er ja jedes Recht, nein, die Aufgabe, zu kochen. Meine Gedanken flogen weiter, während ich ihm dabei zusah, wie er die geschälte Kartoffel mit einem kleinen Messer in Scheiben schnitt. Waren noch weitere Angestellte im Haus? Doch dann beantwortete der gut aussehende Herr meine zuvor gestellte Frage. Ja, mein Bruder kocht nicht gerne, da dachte ich, muss ich wohl das Abendessen für uns zubereiten. Er lächelte mir aufmunternd zu. Hast du schon Hunger? Die an der Wand hängende Uhr offenbarte mir, dass es zwölf Minuten nach fünf Uhr abends war und ich spürte langsam tatsächlich einen leichten Anfall von Hunger. Ich hatte mein Mittagessen ausfallen lassen müssen, weil ich viel zu spät begonnen hatte, den Koffer zu packen. Wobei es mir auch nicht geschadet hätte, hätte ich weniger in die Tasche gestopft und stattdessen nur die Sachen mitgenommen, die ich auch brauchte. Ich dachte an mein Ladekabel und schüttelte in Gedanken den Kopf. Dein Bruder? Ich ignorierte seine Frage nach meinem Hunger. Er unterbrach seine Arbeit und warnte sich zu mir. Ja, Ron. Was, Ron und du seid Brüder? Meine Stimme klang etwas schockierter als gedacht und ich spürte augenblicklich, wie ich rot anlief. So überraschend er grinste. Adoptiv, Brüder. Hast du nun Hunger oder nicht? Ich war ihm sehr dankbar, dass er meine Oberflächlichkeit ignoriert hatte, aber er und Ron, die beiden sahen sich tatsächlich kein bisschen ähnlich. Ron hatte kurz abrasierte helle Haare und seine markanten Gesichtszüge ähnelten denen des Mannes in meinen Augen absolut nicht. Erneut krummelte mein Magen. Ja, schon ein bisschen. Ich bin übrigens Rose, hielt ich ihm meine Hand entschuldigend entgegen. Roman. Dauert noch 20 Minuten, aber es wäre schön, wenn du den Tisch decken könntest. Er drückte kurz, aber bestimmend meine Hand und deutete dann auf eine Schublade. Hier drin. Als ich sie öffnete, befanden sich darin schön verzierte rote Tischuntersetzer. Ich nahm sie vorsichtig heraus und dachte daran, dass ich ebenfalls rote Untersetzer hatte. Allerdings sahen meine nicht annähernd so elegant, so schön aus. Die Untersetzer erinnerten mich etwas an chinesische Volkskleidung. So viele Schnörkel ranken sich auf dem sanften Stoff. Was gibt's denn eigentlich? Mein Magenknurren wurde bei dem Gedanken an Essen noch lauter. Fisch, selbst gefangen, mit Ofengemüse, Reis und einer leichten Zitronensoße, kam der Ruf aus der Küche zu mir. Ich legte alles aus meinen Händen auf dem Holztisch vor mir ab, um kurz erneut zu Roman zurückzuschlendern, der nun mein Interesse geweckt hatte. Du hast den Fisch selbst gefangen. Auch als ich in der Tür stand und ihn beobachtete, wie er nun mit einem für Gemüse viel zu großen Messer eine Karotte zerteilte, sah er nicht zu mir auf. Stattdessen betrachtete er konzentriert die Möhre auf dem Schneidebrett vor ihm. Dann nickte er, weiter nicht auf mich achtend. Ja. Da ich vermutete, dass ich dazu wohl nicht noch mehr Informationen bekommen würde, sah ich ihn noch eine Sekunde länger an und begab mich dann wieder ans Dicken des Tisches. Als ich gerade dabei war, das Besteck zu platzieren, kamen Ron und Jenny händchenhaltend die Treppe herunter. Rose konnte sich nicht vorstellen, dass wir Brüder sind. Roman grinste hämisch, der in eben diesem Moment aus der Küche kam und Ron lachte, als ich seinem Bruder einen bösen Blick zuwarf. Für einen kurzen Moment hatte ich gedacht, er könnte vielleicht sauer sein aufgrund meines Kommentars. Doch diese Vermutung verpuffte in diesem Moment, als ich sein Grinsen sah. Ihr müsst zugeben, die Ähnlichkeit ist doch zu übersehen, oder etwa nicht? Ich lächelte und bemühte mich sehr, nicht ein weiteres Mal dunkelrot anzulaufen. Roman nickte nur lachend und wandte sich wieder seinen Kartoffeln zu. Ich platzierte das restliche silberne Besteck schnell, bevor Ron uns, Jenny und mir, den zum Haus zugehörigen Garten zeigen wollte. In meinen Augen handelte es sich bei dem ganzen Gebiet um uns herum, auf der einen Seite nur Wald, auf der anderen Seite absolut flache Felder, soweit das Auge reichte, um einen riesengroßen Garten. Gespannt war ich trotzdem auf den tatsächlichen Garten dieser gigantischen Villa. Also folgte ich Ron aus der gläsernen Terrassentür. Von der Terrasse, auf die nicht ein Baum seinen Schatten warf und die daher von der Sonne erfüllt wurde, führte eine kleine Treppe aus Stein, gerade einmal so breit, dass nur einer alleine darauf passte, nach unten. Auf der Terrasse befanden sich fünf mit weißen Kissen verzierte Liegestühle mit einem Beistelltisch, auf dem eine weitere Schale platziert war. Im Licht der Sonne glänzte sie silbern und war mit Äpfeln gefüllt. Ich fühlte mich in meiner Vermutung, dass Angestellte von Rons Familie das Haus kurz vor unserem Besuch bereits vorbereitet hatten, noch weiter bestätigt. Ich bezweifelte, dass Ron vorher hier rausgefahren und sich selbst um alles gekümmert hatte. Ron und Jenny waren bereits am Ende der Treppe angelangt, als ich begann, diese hinunter zu steigen. Auf der linken Seite war ein Geländer aus Metall befestigt, das meine Angst, ich könnte doch herunterfallen, etwas beruhigte. Allerdings nur etwas. Langsam legte ich meine Finger um die Metallstange und spürte, wie kalt sie war. Ich sah bei jedem Schritt nach unten. Rechts und links sah man nur Gewächse und Bäume, allerdings nicht den Boden, auf dem sie sich befanden. Nicht den Boden. Nicht den Boden, auf den ich fallen würde, würde ich eine Stufe übersehen. Die Pflanzen reichten nur knapp über die Terrasse, weshalb ich vermutete, dass wir uns ein schönes Stück über dem Erdboden befinden mussten. Ich klammerte mich weiter an der Brüstung fest und ging langsam, Schritt für Schritt, die steinernen Erhebungen hinab. Komm schon! Jenny schüttelte den Kopf, als sie merkte, dass ich mir wie meistens zu viele Gedanken machte. Endlich war ich am Treppenende angelangt, als mir bewusst wurde, dass ich die dünnen Stufen auch wieder würde hinaufsteigen müssen. Wir standen auch jetzt auf einem Boden aus Stein. Es handelte sich um eine Art Felsvorsprung, der allerdings nicht so aussah, als wäre er natürlichen Ursprungs. Auf der rechten Seite führte eine weitere, allerdings weniger schmale und seitlich durch einen Holzzaun gesicherte Treppe noch weiter nach unten. Wir waren nun wieder im Schatten der Bäume angelangt und bewegten uns deutlich schneller als bei der anderen Treppe, noch eine Etage weiter nach unten. Die hohen Nadelbäume ließen die ebenfalls steinerne Treppe kurz wirken. Überall auf den Stufen lagen Nadeln und Tannenzapfen. Die emporragenden Gewächse standen weiter auseinander als im restlichen Wald. So konnte ich einzelne Strahlen der Sonne am Treppenende ausmachen. Als wir wieder auf die Erde stiegen, sah ich nun auf meiner linken Seite ein Funkeln. Von dem Felsvorsprung hatte ich es nicht erkennen können, weil es von den vielen Stämmen der Nadelbäume um uns herum verdeckt worden war. Doch nun konnte ich nur ein paar Meter von uns entfernt einen See ausmachen, der den Glanz der Sonne einfing und wunderschön brach, sodass es wirkte, als würde alles um uns herum funkeln. Wir traten näher an den See heran, hinaus aus dem Schatten, in die Sonne, die uns zwar nicht von oben, aber vom Wasser aus erreichte. Der See war nicht groß, vielmehr handelte es sich um einen Weiher mit einem kleinen Häuschen am Rand, das vielleicht groß genug für einen einzelnen Raum war. Von diesem führte ein Steg aus Holz mehrere Meter ins Wasser hinein, an dessen Ende seitlich ein kleines Tretboot befestigt war. Wunderschön! Oder nicht? hauchte Jenny bewundernd. Ich nickte nur und betrachtete weiter die beeindruckende Natur um uns herum. Das Wasser war gefangen durch Bäume, die wie Soldaten rund um den See aufgestellt waren. Je weiter man sich vom See entfernte, desto enger wurden die hohen Gewächse und desto dunkler schien es zu werden. Ich tat mich schwer dabei, die Augen vom Glitzern des Wassers abzuwenden, als Ron uns daran erinnerte, dass Roman wohl schon mit dem Essen auf uns warten würde. Erneut meldete sich mein Magen und zwang mich dazu, mich in Bewegung zu setzen. Ron und Roman sind also Brüder? Ich schüttelte den Kopf, als ich Jenny zuflüsterte. Mein Blick konzentrierte sich auf die Treppenstufen unter meinen Füßen. Meine Freundin ging vor mir, also sah ich ihr Gesicht nicht, als ich sie leise kichern hörte. Ich hob meinen Blick schnell, um zu sehen, ob Ron, der bereits ein paar Schritte näher am Ziel war, uns gehört hatte. Zumindest machte er keine diesbezüglichen Anzeichen und bewegte sich weiter, ohne sich umzudrehen. Wer weiß, vielleicht war er nur ebenfalls sehr konzentriert auf die steile, steinerne Treppe und ich fragte mich, ob hier wohl schon jemand heruntergefallen war. Ein erneutes Kichern von Jenny unterbrach diesen Gedanken. Wer konnte das denn auch ahnen? Ihr Tonfall sagte mir, dass sie es selbstverständlich gewusst hatte. Wenn du mich kurz über die anwesenden Personen und die Familienverhältnisse aufklären hättest können, hätte ich mir die Peinlichkeit echt erspart. Ich wollte sie etwas vorwurfsvoll ansehen, jedoch drehte sie ihren Kopf nicht zu mir und entging so meinem Blick. Sorry, nächstes Mal, versprochen. Ich konnte hören, wie sie dabei grinste, auch wenn ihr Gesicht abgewandt war. Leise flüsterte sie, aber er wollte eigentlich gar nicht herkommen. Wir traten nacheinander wieder in die hellen, wärmenden Strahlen auf der Terrasse und ich piekste Jenny in die Seite, als wir wieder nebeneinander stehen konnten.